Alle Basel-Jungparteien, ausser die junge SVP, kämpfen gemeinsam für die Personenfreizügigkeit. Wie es heute in einer Mitteilung heisst, wollen Sie gemeinsam über die Vorteile der Personenfreizügigkeit informieren. Im Mittelpunkt stehen hier die vier Kernbotschaften. Sichere und erweitere deine Jobchancen, deine Perspektiven, den erfolgreichen Weg und sichere und erweitere das Friedensprojekt. Die Abstimmung zur Personenfreizügigkeit findet am 8. Februar statt.